Herzlich willkommen bei dieser Achtsamkeit zur Morgenroutine. Mein Name ist Lenny Schönbach und ich freue mich sehr, heute die Morgenroutine für dich anleiten zu dürfen. Die Übung wird aus zwei Runden Atmen bestehen und aus einer kleinen Meditation im Anschluss. Wenn du dir diese zehn Minuten Zeit nimmst, dann verspreche ich dir, du wirst damit auf jeden Fall den optimalen Start in den Tag haben. Und deswegen würde ich vorschlagen, lass uns keine Zeit verlieren und einfach direkt loslegen. Nimm mal einen gemütlichen Platz ein, du kannst das Ganze im Ritz machen, du kannst das Ganze auch im Liegen machen, wenn du möchtest. Du brauchst dafür auch keinen speziellen Sitz, kannst das Ganze auf der Couch machen, auf einem Meditationskissen, auf einem Stuhl, so wie ich jetzt hier gerade sitze. Das ist vollkommen egal. Und dann schließ gerne deine Augen und starte einfach mal damit, dass du einen genussvollen, tiefen Atemzug durch die Nase nimmst, dass du die Lunge einmal komplett füllst und dann durch den geöffneten Mund die Luft wieder ausströmen lässt. Dann atmen wir wieder tief ein, durch die Nase ein, Bauch, Brust und dann wieder loslassen. Und wieder einatmen, die Lunge füllt sich komplett und dann lassen wir wieder los. Atmen wir wieder ein, ein, ein und wieder aus. Wir atmen wieder ein, die Lunge füllt sich und wir atmen wieder los. Atmen wir wieder ein, und wieder aus. Und wieder ein, und wieder aus. Versuch dich vollkommen auf die Übung einzulassen, der Aufmerksamkeit hier und jetzt zu bleiben, die Lunge füllt sich und dann atmen wir wieder aus. Atmen wir wieder ein, Gedanken tauchen natürlich auch immer wieder auf und wir schenken ihnen keine große Aufmerksamkeit. Atmen wir wieder aus. Nehmen wir noch drei Atemzüge, wir atmen ein, und wieder aus. Atmen noch zweimal ein, und wieder aus. Dann nehmen wir den letzten Atemzug für die erste Runde. Wir atmen ein, 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 halten kurz. Und dann atmen wir aus. Und dann halt die Luft einfach mal für einen Moment an. So ganz bewusst jegliche Anspannung loszulassen. Schau, ob du im Nacken vielleicht die Anspannung feststellen kannst. Ja, dann lass dort die Anspannung ganz bewusst los. Vielleicht kannst du im Kiefer Anspannung feststellen. Dann lass auch dort ganz bewusst die Anspannung los. Und dann atmen wir wieder ein, in drei, zwei, eins. Die Lunge füllt sich wieder. Wir atmen ein, ein, ein. Halten hier nochmal an. Hier darfst du auch gerne so ein bisschen squeezen. Einfach so ein bisschen zusammendrücken. Die Luft in den Kopf drücken. Einfach so, wie es sich für dich gerade gut anfühlt. Und dann lösen durch den geöffneten Mund wieder ausatmen. Dann starten wir mit der zweiten und auch schon der letzten Runde für diese Morgenroutine Session. Wir starten mit dem Einatmen in drei, zwei, eins. Wir atmen wieder tief ein. Und wieder aus. Wir atmen wieder tief ein. Und lassen wieder los. Wir atmen wieder tief ein. Und lassen wieder los. Es geht nur um den jetzigen Moment. Wir atmen ein. Wir lassen alles los. Wir atmen wieder ein. Und wieder aus. Wir atmen wieder ein. Und wieder aus. Wir atmen wieder ein. Und wieder aus. Wir atmen wieder ein. Versuchen auch Widerstand loszulassen mit dem nächsten Atemzug, falls einer da sein sollte. Und dann atmen wir wieder ein. Wir beginnen jetzt mit vollkommener Akzeptanz und lassen wieder los. Wir atmen noch drei Atemzüge. Wir atmen ein. Und atmen wieder aus. Noch zweimal. Wir atmen ein. Ein. Und wieder aus. Und der letzte Atemzug. Wir atmen ein. 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 Wir treten kurz. Und lassen wieder los. Und dann halten wir die Luft wieder an. Jetzt versuch mal dem jetzigen Moment mit vollkommener Akzeptanz und mit vollkommener Offenheit zu begegnen. Unterschiedliche Erscheinungen treten im Bewusstsein auf. Gedanken. Vielleicht sogar Gefühle. Körperwahrnehmungen. Geräusche. All diese Objekte tauchen einfach im Bewusstsein auf. Aber du bist das Element deiner Erfahrung, welches sich all dieser Erscheinungen bewusst ist. Also nimm einfach nur wahr. Ohne irgendwas mitmachen zu müssen. Dann atmen wir wieder ein. In 3, 2, 1. Die Lunge fühlt sich wieder. Wir atmen ein. 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 Halten nochmal. Lass hier auch wieder mit dem Druck ein bisschen spielen. Und dann atmen wir wieder aus. Wir lassen die Atmung sich wieder normalisieren. Das heißt, wir atmen tief durch die Nase ein. Ganz langsam, ganz geduldig wieder aus. Jetzt geh nochmal ganz bewusst in die Entspannung. Geh ganz bewusst ins reine Wahrnehmen. fühl deinen Körper ganz bewusst. Fühl die Lebendigkeit in deinen Händen. nimm einfach nur wahr. Und dann versuch dich im Alltag immer wieder dran zu erinnern, dass du jederzeit in der Lage bist, Anspannung loszulassen, Widerstand loszulassen, bewusst wahrzunehmen. Du bist jederzeit in der Lage, deine Atmung zu vertiefen. Ganz bei dir anzukommen. Du bist jederzeit in der Lage, die Ruhe und die Stille, die unsere wahre Natur ist, zum Vorschein kommen zu lassen. Erinnere dich im Alltag immer wieder gerne an diese Erkenntnis. Ich bedanke mich bei dir, dass du deinen Morgen heute mit mir gestartet hast. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch super gerne einen Daumen nach oben da. Abonnier den Kanal, falls du weiter solche Videos sehen möchtest. Und falls du jetzt noch ein bisschen Zeit hast, dann kann ich dir auf jeden Fall das Video empfehlen, was jetzt unter mir eingelndet wird. In diesem Video habe ich einfach mal über meinen größten Game Changer gesprochen, was bei mir alles verändert hat, bezogen auf das Thema Erfolg und glücklich sein. Das heißt, wenn du da noch Lust hast, dann schau super gerne rein. Und dann freue ich mich total, dich beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.